Die Cummins ist eine große Herausforderung für die Empirische Fähigkeiten. Für mich heißt Cummins dafür zu sorgen, dass Menschen ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen, selbst schauen, wie sie vor Ort für das Allgemeinwohl arbeiten können. Das ist eine große Herausforderung für die Empirische Fähigkeiten. Das ist eine große Herausforderung für die Empirische Fähigkeiten. Das ist ein großer Herausforderung für die Empirische Fähigkeiten. Vielen Dank.